Der Blick aus dem Himmel. Faszinierend und atemberaubend. Hessen von oben, seine Tiere, seine Landschaften. Ungewöhnlich. Und einfach wunderschön. Steigen Sie ein und erleben Sie Hessens Tiere und Landschaften aus nie gezeigter Perspektive. Hessens Landschaften sind sehr unterschiedlich. Jede hat ihren eigenen Charakter. Bei der Gestaltung wurde so manches Mal ein bisschen nachgeholfen. Dabei waren die Tiere, wie wir sehen werden, oft große Helfer. Viele Tierarten sind nach langer Abwesenheit nach Hessen zurückgekehrt. Die Renaturierung von ehemaligen Nutzflächen, sanftere Landwirtschaft und viele Natur- und Artenschutzprogramme haben ihnen dabei geholfen. Aber immer noch verschwinden Tier- und Pflanzenarten in rasantem Tempo. Und heißt es nicht in einem berühmten Zitat von Albert Einstein, sterben die Bienen, stirbt der Mensch? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Viele Tiere werden wir auf unserer Reise durch Hessen treffen. In ihrem und im vom Menschen gemachten Lebensraum. Und Landschaften, die uns ihre Geschichte erzählen. Viele Flächen, auf denen sich früher viele Arten tummelten, machen sich die Menschen zunutze. Was nicht für die Landwirtschaft gebraucht wird, dient der Gewinnung von Rohstoffen und der Industrie. Oder wird zu Bauland und für neue Verkehrswege genutzt. Der größte Reichtum der Erde sind ihre verschiedenen Lebensformen. In Hessen wurde viel getan, um die alte Partnerschaft zwischen Mensch, Tier und Natur zu erneuern. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Und wir sehen, es gibt sie. Tiere, die man für verschwunden hielt. Und Landschaften, in denen es vor ein paar Jahren noch ganz anders aussah. Die Beobachtung aus der Luft ermöglicht uns einen wundervollen Blick auf Hessens Tiere und Landschaften. Wir werden sehen, wo die Tiere uns bei unseren Bemühungen helfen. Wo wir den Tieren helfen. Und wo man sich manchmal auch selber helfen muss. Ganz im Norden Hessens beginnt unsere Reise. Hier befindet sich Hessens ältestes Naturschutzgebiet, der Urwald im Rheinhardswald. Seit 1907 dürfen hier 400-jährige Eichen und Buchen wachsen oder umfallen, ganz wie sie wollen. Kein Förster mischt sich ein. Bemerkenswert daran ist, dass es streng genommen gar kein Urwald ist. Der lichte Wald wurde einst gepflanzt, um Schweine darin zu weiden. Unser Flug führt uns etwas nach Süden und wir machen einen Abstecher ins obere Edertal. Neben uns kreist der seltene Schwarzstorch, der hier wieder zu Hause ist. Zwischen 50 und 70 Brutpaare gibt es wieder in Hessen. Vor 50 Jahren waren es gerade mal 20 Paare in ganz Deutschland. Hier an der oberen Eder vertragen sich Mensch und Natur offenbar gut. In den Wald- und Wiesentälern ist auch der empfindliche Rotmilan zu Hause. Er fliegt dem Traktor hinterher, denn hinter dem Mähwerk könnte ja vielleicht Beute sein. Drüben auf dem Berg finden wir eine ungewöhnliche Landschaft. Lüneburger Heide in Nordhessen. Mit seinen Wacholdersäulen und Heidesträuchern sieht der Battenfelder Driescher ja ein bisschen so aus. Hier haben Bauern früher ihr Vieh weiden lassen. Und weil es das nicht mehr gibt, treibt heute Gerhard Schmidt hier seine Herde rauf. Jeden Tag. Im Auftrag des Naturschutzes. Die Tiere fressen Büsche und junge Bäumchen, bevor die groß werden. So erhalten sie diese einzigartige Kulturlandschaft. Richtig viel Arbeit für die Hüterhunde, die die Herde in Schach halten müssen. Driescher ist übrigens das mittelhochdeutsche Wort für erschöpfter Acker. Wir folgen der Eder noch ein Stück. Immer noch hat die Natur hier gute Chancen. Vielleicht ist die Eder sogar der natürlichste Fluss im ganzen Land. Ein Fluss, dessen Landschaften seit eh und je von Menschen gepflegt und genutzt werden. Und der doch der Natur so viel Raum gelassen hat. Und der doch der Natur so viel Raum gelassen hat. Kaum vorstellbar, dass das kleine Flüsschen, das sich durch die Wiesen schlängelte, einen ganzen See füllen kann. Gewaltige 200 Millionen Kubikmeter Wasser können im Edersee aufgestaut werden. Mit billigem Nachtstrom wird hier Wasser in Speicherbecken auf den Berg gepumpt und bei Tag wieder abgelassen in die Turbinen. Ganz umweltfreundlich wird damit Strom erzeugt. Hessens Nationalpark mit dem fast 700 Meter hohen Wüstegarten schmiegt sich südlich an den Edersee. Ungestört und noch ganz ohne Windräder. Auf weiten Flächen wird das so bleiben, denn fast 6000 Hektar des Kellerwalls sind streng geschützt und sogar zum UNESCO-Weltnaturerbe geadelt. Über 700 Meter hoch liegt das Plateau des Hohen Meißners, ganz im Osten Hessens. Und nochmal 200 Meter drüber die Antennen der Sendeanlagen des hessischen Rundfunks. So etwas wie die Wahrzeichen hier oben. Den Kalbesee in der Nähe hat der Bergbau hinterlassen. Noch bis 1974 haben sie hier Braunkohle abgebaut. Jetzt ist das Tagebauloch mit Wasser vollgelaufen. 30 Meter tief und ein prima Naturgebiet aus zweiter Hand. Und das gefällt auch dem Schwarzstorch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei Germerode hat ein Landwirt eine besondere Attraktion geschaffen. Auf über 10 Hektar baut er Schlafmohnen an. Ist ja eigentlich verboten, weil Rauschmittel drin sind. Aber die Bundesopiumstelle, die gibt's wirklich, hat's erlaubt. Irgendwo muss der Rohstoff für die Mohnkuchen ja herkommen. Und wenn die Mohnfelder blühen, kommen die Besucher in Scharen. Und mit einem rosa Schirm, ganz Ton in Ton, entstehen wahrhaft feminine Bilder. Mohn macht offenbar happy, selbst beim Anschauen. Unverzichtbar ist bei aller Blütenpracht die Arbeit der Bienen. Mehr als ein Drittel unserer Nahrungsmittel haben wir nur, weil Bienen daran beteiligt sind. Aber die Bienen sind gefährdet. In Witzenhausen im Werra-Meißner-Kreis gibt es dank der ausgedehnten Kirschbaumplantagen genügend Nahrung für Bienen. Bei der hessischen Gartenbauberatung überlegt man sehr genau, welche Pflanzenschutzmittel man empfiehlt, damit im Kampf gegen Schädlinge keine Bienen geschädigt werden. Wer sollte in einer Welt ohne Bienen denn die Arbeit übernehmen? Der Mensch? Mit Bestäubungspinsel? Auf 150.000 Kirschbäumen? Alleine am Nordrand des Meißners? In China, in der Region Sichuan, ist das tatsächlich schon Realität. Die Bienen sind ausgestorben und Menschen klettern von Baum zu Baum und bestäuben die Blüten. Das ist ein Horrorszenario. Und das hier ist kein Horrorszenario, das ist nur ein Truppenübungsplatz. Schwarzenborn ganz oben im Knüll. Hier wird scharf geschossen, schon seit Kaisers Zeiten. Tausende haben hier schon für Krieg oder Verteidigung geübt. Die Zeiten sind aber vorbei. Soldaten sind zwar hier immer noch stationiert, nur viel weniger. Im Ort ist man froh über die verbliebenen Jobs. Gleich daneben beweidet ein Schäfer, das riesige Militärareal. Friedlicher geht's kaum. Oder? Täuscht das? Hm, es täuscht. Denn hier werden wir aus der Luft Zeugen einer Szene, bei der es tatsächlich um Leben und Tod geht. Ein Mutterschaf hat den Anschluss an die Herde verloren und bleibt mit den Neugeborenen zurück. Zwei Krähen wittern offenbar ihre Chance. Wenn sie jetzt nicht bei den Kleinen bleibt, sind die leichte Beute. Die Lage scheint erstmal geklärt. Und wenn die Herde nicht weiterzieht, können sie den Anschluss schaffen. Jetzt bitte nicht wundern. Das ist keiner von gestern. Nicht mal ein Nostalgie-Fan. Das hier, sagt Johannes Kaiser vom Tannenhof in Bebra-Imshausen, ist moderne Landwirtschaft. Weil sie betriebswirtschaftlich überlegen ist. Pferd statt Traktor rechnet sich bei ihm, sagt er. Schon weil so ein Pferd weniger Schäden am Boden macht, als ein schwerer Trecker. Biokräuter baut der Landwirtschaftsmeister hier an. Minze oder Brennnesseln für Tee. Die kaufen Händler bundesweit. Dafür muss das Unkraut raus. Ohne Chemie natürlich. Hermann, das kalt blutweiß, nicht auf die grünen Büschel treten. Und ganz manchmal hat Johannes Kaiser auch noch den Trecker im Einsatz. Der soll aber irgendwann vom Hof. Wir sind an der Fulda angelangt. Kaum ein Fluss ist hessischer. Von ihrer Quelle an der Wasserkuppe bis fast zum Zusammenfluss bleibt sie im Land. Und sie gilt damit als Hessens längster Fluss. Eines hat die Fulda mit fast allen hessischen Flüssen gemeinsam. Sie hat es nicht besonders eilig, zu ihrer Mündung zu gelangen. Sie legt Schleife an Schleife, Kurve an Kurve. Als wollte sie der Natur ihre Ruhezonen bewahren. Wie bei vielen anderen Flüssen auch, konnte man die Fulda nicht gewähren lassen mit ihrer Kurverei. Bei Asbach ist mal ein Stück abgeschnitten worden. So ein Altarm gilt heute als wertvoller Lebensraum, auch für ein Storchenpaar. Was für ein grandioser Platz für die Storchen-Kinderstube. Nicht weit davon machen die Naturschützer ganze Sache. Sie haben für die nassen Bruchwiesen eine Herde Heckrinder gekauft. Die halten jetzt die Wiese kurz. Ihr Mist zieht Würmer und Insekten an, von denen sich dann wieder seltene Vögel oder Fledermäuse ernähren. Die robusten Tiere sollen den im 17. Jahrhundert ausgestorbenen Auerochsen ähnlich sehen. Wir sind weiter geflogen zur Rhön. Genauer gesagt zur Wasserkuppe, dem Berg, an dem die Fulda entspringt. Ganz in der Nähe, bei Gersfeld, kommen wir vorbei am Roten Moor. Ist ja nicht zu übersehen, da hat der Mensch mitgemischt. 175 Jahre wurde hier Torf abgebaut, ohne viel Rücksicht. Heute wird die Natur streng gehütet. In den Birkenwäldern da unten verbergen sich nämlich die letzten hessischen Birkhühner. Wenn die Hochzeit machen, ist das, naja, nicht gerade leise. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Land der offenen Ferne, nennt man die Rhön. Stimmt auch wirklich. Wo kann man schon so weit schauen? Und hören. Also die Russen abhören. Das dachten sich die Amerikaner im Kalten Krieg. Das Radom ist eine Radarkuppel und diente zur Flugraumüberwachung an der innerdeutschen Grenze. Heute kann man hier heiraten. Keine Rhön ohne Schafe. Das stimmt in vielerlei Hinsicht. Das Berggrünland der Rhön, die offene Ferne, entstand, weil sie von Schafen beweidet wurde. In den Akten des Hochstifts Fulda tauchte 1844 eine Beschreibung des Rhön-Schafes auf. Zitat Das gewöhnliche Schaf des Rhön-Landwirtes ist ein gemeines, teutsches Schaf in einer eigentümlichen Art. Und obwohl diese eigentümliche Art in der ganzen Rhön verbreitet war, ging ihr Bestand bis 1960 auf 300 Tiere zurück. Das Rhön-Schaf ist einfach unrentabel. Es wächst zu langsam und seine Wolle ist rau. Glücklicherweise sind sie aber große Sympathieträger, die Rhön-Schafe. Sie gehorchen Julia Jabalamelli vom Spiegelshof in Melkerns aufs Wort. Auch ganz ohne Hütehund. Menschen wie Julia kümmern sich darum, den Bestand wieder aufzubauen. Denn die an das raue Klima der Rhön gewöhnten Wollknäuel können letztendlich das Land der offenen Ferne erhalten. Unsere Reise führt uns nun über den Vogelsberg. Der ist die größte zusammenhängende Basaltmasse unseres Kontinents. Das klingt ganz schön gewaltig. Ist es auch, denn der graue Basaltstein ist nichts anderes als die erkaltete Lava eines riesigen Vulkangebiets. Basaltböden sind übrigens optimal für Buchen. Um die höchste Erhebung, den Taufstein, findet man ausgedehnten Buchenwald, der seit über 100 Jahren sich selbst überlassen ist. Die Hecken, die die Landschaft im Vogelsberg ordnen, sind uralt. Sie entstanden zum Teil schon zur Zeit der ersten Rodungen im Mittelalter. Auf den an den Feldgrenzen zusammengetragenen Basaltbrocken konnten Büsche zum Glück für allerlei Kleintiere so nachhaltig Fuß fassen, dass sie bis heute jeglicher Flurbereinigung trotzen. In der Wetterau gibt es wenig Wald und deshalb viele Seen. Wer kein Holz zum Heizen hat, braucht einen anderen Brennstoff. 200 Jahre lang wurde in der Wetterau deshalb Braunkohle abgebaut. Übrig blieben die Seen, von denen einige wie der Teufelsee und der Pfaffensee heute Naturschutzgebiete sind. Das Mähried Staden in der Nähe von Reichelsheim gehört zum Auenverbund Wetterau. Ein Paradies für seltene Vögel, Insekten und anscheinend auch für eine kleine Gruppe Paarrufer. Insel Hopping inbegriffen. Aufический Abostert Das Kernstück des Auenverbundes Wetterau ist das Bingenheimer Ried. Viele Storchenpaare treffen sich hier jedes Jahr mit Entenvögeln, Gänsen und Graureihern, um ihren Nachwuchs aufzuziehen. Möglich gemacht hat das alles die NABU-Gruppe aus Bingenheim. Der Vorsitzende Udo Säum, hier links im Korb, pirscht sich gerade an ein Nest mit Jungstörchen heran, die heute beringt werden sollen. Das muss zwischen der sechsten und achten Lebenswoche passiert sein, da sie sonst nicht mehr in die Akinese fallen. Akinese ist ein Totstellreflex, der sie vor Gefahren schützt, während die Eltern auf Futtersuche sind. Und deshalb liegen sie jetzt wie Brote im Nest. Und es besteht keine Gefahr, dass sie vor Aufregung aufstehen und aus dem Nest fallen. Die Beringung macht es möglich, Störche zu identifizieren und ihren Lebenslauf zu erforschen. So wie zum Beispiel den von Xaver, einem Storch mit der Ringnummer 2X151. Xaver stammte aus der Schweiz. Er war ein sehr besitzergreifender Storch. Er verteidigte nicht nur seinen Horst, sondern gleich alle 15 Nester im Bingenheimer Ried. Danach zeigt er ein für einen Schweizer recht draufgängiges Wesen, spannt einem Storch in Randstadt die Frau aus und überredet sie sogar, ihm ins Bingenheimer Ried zu folgen. Der erzürnte Ehemann erobert seine Liebste aber zurück. Xaver, der leidenschaftliche Schweizer Schürzenjäger, musste danach lange warten, bis ihm wieder eine Storchenfrau vertraute. Etwas südlicher, in der Nähe von Hanau, erwartet uns ein Hauch von Hanau. Von Fernost. Asiatische Wasserbüffel in Hessen. Wasserbüffel können, anders als unsere heimischen Weidetiere, mit den Füßen im Wasser stehen. Sie sind nicht so schwer und ihre Hufe sind breiter. Ideal für das Leben in Sumpfgebieten. Das Gebiet der Weideswiesen bei Erlensee drohte komplett von ein Meter hohen undurchdringlichen Wasserbinsen überzogen zu werden, bis die Büffel kamen. Binsen sind nicht als Nahrung für Pferde oder Kühe geeignet, aber der Magen eines Wasserbüffels kann sowas ab. Die Binsen werden abgebissen und beim Suhlen plattgedrückt. Und schon haben Amphibien, Insekten und Vögel wieder einen Lebensraum. In den daneben liegenden See wagen sich die Wasserbüffel allerdings auch nicht. Der Untergrund ist so schlammig, dass sie darin wahrscheinlich ertrinken würden. Deshalb ist er auch den Vögeln vorbehalten. Bei der letzten Zählung waren es schon 52 verschiedene Arten. Und wenn wir schon beim Thema Ertrinken sind, Die Geschichte der wohl berühmtesten, geplanten Müllkippe Hessens in Messel beginnt vor 47 Millionen Jahren. Damals gab es hier einen Kratersee. In ihm ertranken Pferdchen, Krokodile, Schlangen und eine Affendame namens Ida. Aus dem Faulschlamm des Kratersees wurde in Jahrmillionen Ölschiefer. Und der hat die Tiere so gut konserviert, dass sie am Ende des 20. Jahrhunderts weltweit Karriere machten. Mehr als 50.000 Spuren ehemaligen Lebens sind bisher von den Wissenschaftlern, in dem wie Blätterteig aussehenden Ölschiefer gefunden worden. Darunter allein 70 Urpferdchen. Und die Suche geht weiter. Schicht für Schicht. Ölschiefer wurde rund 100 Jahre lang in der Grube Messel zur Mineralölgewinnung abgebaut. Immer schon gab es vereinzelt Fossilienpfunde. Doch das Potenzial der Grube wurde fast zu spät erkannt. 1988 konnte eine geplante Mülldeponie in letzter Sekunde gestoppt werden. Und schon sieben Jahre später verlieh die UNESCO der Grube Messel den Status des ersten Weltnaturerbes in Deutschland. Die weißen Klippen am Rande der Grube sind eine Ausschusshalde der Firma Ytong. Ende der 50er Jahre war die Grube in den schwedischen Konzern eingegliedert worden. Der nutzte damals einen Teil des Ölschiefers zur Herstellung seiner Porenbetonsteine. Das Weltnaturerbe Messel. Landschaftlich schön eingebettet zwischen gelb verpackten Steinen und viel Sand. Wir bewegen uns jetzt wieder Richtung Norden. Mitten im Forstamt Nidda auf dem Wald des Limes steht stolz die alte Drusus-Eiche. Sie ist ja auch benannt nach dem großen römischen Feldherrn Nero Claudius Drusus. Erst im Winter erkennt man ihre imposante Größe. Und der Winter ist auch die richtige Jahreszeit, Holzfällern bei der Arbeit zuzuschauen. Jürgen Burg arbeitet mit Rückepferden bei der Holzernte. Pferde haben ein paar Vorteile im Gegensatz zu Holzvollertern. Sie können auch in unwegsamem Gelände Holzstämme bergen und machen beim Rücken nichts kaputt. Jonas, das Rückepferd, ist 1000 Kilogramm schweres belgisches Kaltblut. Er lebt bei Jürgen Burg. Davor hatte Jonas sechs Besitzer in fünf Jahren. Keiner kam mit ihm zurecht. Er wurde auch hauptsächlich zum Voltigieren eingesetzt. Bei Jürgen Burg hat er seine Bestimmung gefunden. Er darf Baumstämme ziehen. Nicht weit entfernt erwartet uns der Mont Blanc des Rhein-Main-Gebietes. Der große Feldberg im Taunus. Für viele Hessen ist der Winter hier die schönste Jahreszeit. In der Nähe von Butzbach leben Birgit und Jochen Mühl mit ihrem Rudel Schlittenhunde. Und natürlich ist der Winter ihre Jahreszeit. Rund um den Hausberg rasen sie mit ihren Schlitten durch den Schnee. Dabei können sie Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 40 Kilometer pro Stunde erreichen. Die Hunde wollen laufen. Diese Eigenschaft ist bei ihnen sehr ausgeprägt. Und an niedrige Temperaturen und Schnee sind sie ohnehin gewöhnt. Ganz in der Nähe, am Fuße des Feldbergs, toben drei absolute Newcomer in Sachen Schnee im Opel Zoo. Der Kontrast zwischen hellen und dunklen Streifen der Zebras nimmt übrigens angeblich mit der Umgebungstemperatur ab. Der Ausflug hat sie jedenfalls restlos begeistert. Und die Streifen sind auch noch da. Und das hält auch einer Überprüfung im Sommer stand. Zebras haben übrigens ganz unterschiedliche Streifenmuster. Sie sind so verschieden wie ein Fingerabdruck bei einem Menschen. Und die Tiere erkennen sich gegenseitig an ihrem Muster. Und die Tiere sind so verschieden wie ein Muster. Im östlichen Hintertaunus breitet sich das Usinger Becken aus. Sein fruchtbarer Boden ist ideal für die Landwirtschaft. Dort treffen wir auf eine Ziegenherde. Im Unterschied zu den gemütlichen Schafen scheinen es die Ziegen ja etwas eiliger zu haben beim Fressen. Fast Food-Weiden sozusagen. Na ja, sie haben ja auch noch viel vor sich. Wir verlassen den Taunus und finden uns in der Nähe von Biedenkopf wieder. Dort, wo die Lahn als kleiner Fluss aus dem Rothaar-Gebirge nach Hessen fließt. Im Hinterland führt die junge Lahn noch wenig Wasser. Sie verzweigt sich gern, als ob sie ihr Bett noch sucht. Hier bei Biedenkopf hat man entschieden, der Lahn Raum zu lassen in ihrem Drang nach Freiheit. Projektname Renaturierung der Lahn-Aue. Und so etwas Schönes kann sie schaffen, wenn man ihr die Freiheit gibt. Die Tiere sind auch hier die großen Helfer bei diesem Projekt. Pferde und Rinder halten die Ufergehölze in Schach. Sie beißen sie ab, sie treten sie nieder, sie schubbern sich und sorgen so für eine ständige Veränderung der Landschaft. Was die Lahn nur zu gerne nutzt. Verantwortlich für dieses Projekt sind engagierte Menschen wie Matthias Schneider vom BUND, aber auch Dr. Becker, Landarzt und Landwirt. Nur einem Zuchtbullen namens Uwe ist es zu verdanken, dass Leitkuh Carla heute wieder über eine Familie wacht. Ein Spermavorrat von Uwe wurde nämlich zufällig in Gießen entdeckt. Musik Musik Kaum hat die Lahn Biedenkopf verlassen, schlängelt sie sich hin und her. Sie ist ein Teenager geworden. Noch wild. Und wie jeder Pubertierende hat sie chaotische Verwilderungstendenzen. Das konnten die Menschen natürlich nicht gestatten. Ein Fluss, ein Bett, so das Motto. Doch die Lahn rächte sich. Mit verheerenden Hochwassern und Schäden in Millionenhöhe. Musik Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein. Diese Weisheit verdanken wir übrigens Albert Einstein. Musik 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 Zurück zum Hochwasserschutz. Musik Musik 1660 schon hatten königlich-preußische Wasserbauingenieure das Geflecht der Lahnarme vermessen und dafür gesorgt, dass die Lahn auf ein unauffälliges Einbettgerinne schrumpft. Das Ergebnis kennen wir. Verheerende Überschwemmungen. Bei Kaldern hat man, genau wie im Biedenkopf, durch die Renaturierung der Aue ein riesiges Becken zurückgewonnen, indem man das Wasser bei Bedarf regelrecht parkt. Musik Auch hier treffen wir Matthias Schneider vom BUND. Seine Aufgabe besteht eigentlich nicht darin, Pferde zu dirigieren, vielmehr diese wunderbaren Kulturlandschaften neu zu formen. Musik 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 Wir sind schließlich wieder an der Eder angelangt. Fast am Anfang unserer Reiseroute über Hessens Tiere und Landschaften. Musik Hier treffen wir diese zwei Rehe. Ihnen ist offenbar irgendwas nicht ganz geheuer. Musik Aber Rehe können genauso schwimmen wie andere Tiere. Zum Glück. Musik Vieles haben wir ganz neu gesehen. Und auch wie wichtig das Verhältnis Mensch-Tier-Natur ist. Denn ohne die Tiere und seine Landschaften wäre Hessen eben nicht das Hessen, das wir alle so mögen. Musik Aber Jesus ist ja Movie. Das ist zum Glück heute sean Wolfen und keine Kinder der Reihe. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020